Hallo, heute geht es um ein Experiment, das nach dem Zweiten Weltkrieg durchgeführt worden ist. Die Alliierten hatten ja am Ende des Zweiten Weltkrieges die Konzentrationslager befreit und ganz viele Gräueltaten der Nazi-Verbrecher aufgedeckt. Also unmenschliche Verfolgung von Minderheiten. An dieser Verfolgung haben Millionen von Deutschen mitgewirkt oder geschwiegen oder einfach mitgemacht und sich daran beteiligt. Ein amerikanischer Psychologe, den seht ihr hier, der hieß Milgram, der hatte den Verdacht, dass diese Gräueltaten ganz typisch sind für Deutsche und hat daraufhin das Milgram-Experiment entwickelt. Und wobei es darum geht, das seht ihr im Folgenden. Das Milgram-Experiment. Der amerikanische Psychologe Stanley Milgram führte das Experiment erstmals 1961 durch. Milgram wollte untersuchen, wie die unzähligen Verbrechen im Nationalsozialismus entstehen konnten. Er wollte untersuchen, wie normale Menschen damals andere Menschen quälen oder töten konnten, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und er wollte untersuchen, ob Blinder gehorsam normale Menschen zu Verbrechern macht. Milgram dachte, dass besonders die Deutschen damals sehr oberigkeitshörig waren. Er dachte, dass die Deutschen Befehle im Blinden gehorsam ausführten, ohne selbst zu überlegen oder ihr Gewissen einzuschalten. Nach dem Zweiten Weltkrieg dachte man, Germans are different. Der Punkt war, es gab schon immer Gewalt in Kriegen, aber dieses Ausmaß an Gewalt und an Unterdrückung und an Demütigung und Ermordung, also dieses Ausmaß an Kriegsverbrechen und auch an Verbrechen gegen die Menschlichkeit, hatte man bisher vorher noch nie gesehen und Gott sei Dank nachher auch nicht. Und deswegen hatte der Milgram die Überlegung, wie viele andere auch, dass die Deutschen ganz besonders oberigkeitshörig sind. Also, dass sie jemanden, den sie als Chef anerkennen, dass sie dessen Befehle blind ausführen und selber dafür nicht die Verantwortung übernehmen, sondern sagen, ja, der hat das ja befohlen. Und Milgram wollte mit seinem Experiment beweisen, dass das bei den Deutschen sehr typisch ist und dass solche Verbrechen eigentlich nur von Deutschen durchgeführt werden könnten. Hier seht ihr nochmal den Milgram in Großaufnahme. Wie war das Experiment aufgebaut? An dem Experiment nehmen drei Personen teil. Der Versuchsleiter V, den seht ihr hier. Ein Lehrer L, der ist hier. Um den geht es eigentlich wirklich, um dessen Verhalten. Und ein Schüler S, ein sogenannter Schüler und ein sogenannter Lehrer. Die Testperson ist der sogenannte Lehrer, also die Person, um die es geht, deren Verhalten getestet werden soll. Um die Person geht es, die soll getestet werden. Dem Lehrer wird erzählt, dass die Lernfähigkeit und die Gedächtnisfähigkeit eines Schülers getestet werden soll bei Bestrafung durch Stromschläge. Das war natürlich ein Vorwand. Nicht der Schüler soll getestet werden, sondern das Verhalten des Lehrers, wenn er mithilfe eines Gerätes Stromschläge bei Fehlern verteilen kann. Vor dem Experiment werden dem Lehrer die Räume gezeigt. Auch konnte er selbst ausprobieren, wie schmerzhaft ein 45-Volt-Stromschlag ist, damit man ungefähr einschätzen kann, was man da eigentlich an Strafen verteilt. Der sogenannte Lehrer weiß, dass er jederzeit das Experiment abbrechen kann, ohne irgendwelche Nachteile zu haben. Also er könnte jederzeit sagen, Stopp, da mache ich nicht mehr weiter. Das wusste jeder. Dieses Stromgerät war mit dem Schüler über einen elektrischen Stuhl verbunden. Der Schüler ist in einem abgetrennten Raum auf einem elektrischen Stuhl gefesselt. In einem anderen Raum sitzen der Versuchsleiter und der Lehrer. Der sogenannte Lehrer kann den Schüler nicht sehen, aber er kann ihn hören, über ein Mikrofon. Vor dem Lehrer steht ein Gerät, mit dem man Stromstöße an den Schüler senden kann. Also der Lehrer und der Schüler sind verbunden mit Strom. Hier seht ihr einen sogenannten Schüler, der auf einem elektrischen Stuhl angeschnallt wird und mit der Anlage des Lehrers verbunden ist. Zwischen den beiden Räumen war eine Wand. Man konnte sich nicht sehen, aber man konnte sich über Mikrofone hören. Und der Versuchsleiter hatte die Aufgabe, den Lehrer und dessen Verhalten zu beobachten und das aufzuzeichnen und auch teilweise zu beeinflussen. Die vorgeschobene Aufgabe war, der Lehrer soll dem Schüler Fragen zu Wortpaaren stellen. Der Lehrer soll dem Schüler nach jeder falschen Antwort, die dieser gegeben hat, mit einem Stromschuss von 15 Volt beginnend bis 450 Volt bestraften. Also bei der ersten falschen Antwort hat der Schüler einen Stromschlag mit 15 Volt gekriegt, bei der zweiten falschen Antwort einen Stromstoß mit 30 Volt, bei der dritten falschen Antwort einen Stromstoß mit 45 Volt und so weiter und so weiter bis 450 Volt. Und 450 Volt ist eine Voltzahl, das ist praktisch das Todesurteil für den Schüler. Das ist tödlich 450 Volt. So, jetzt haben diese Lehrer, die waren in diesem Konflikt, am Anfang ging das alles noch, aber irgendwann haben die Schüler angefangen zu schreien vor lauter Schmerzen und wenn ein Lehrer sich weigerte, da weiterzumachen, aufgrund der qualvollen Schreie des Schülers, sagte der Versuchsleiter einfach nur, machen Sie weiter, um den Lehrer dazu zu bringen, weiterzumachen und eben nicht aufzuhören und die Stromstöße bei falschen Antworten zu erhöhen. Hier seht ihr so ein Gerät mit den entsprechenden Knöpfen, alles war gekennzeichnet und die einzelnen Knöpfe, um die Stromstöße in 15 Volt-Schritten zu erhöhen, bis hier zum Schluss 450 Volt. Dieses Gerät hatte der Lehrer, der sogenannte Lehrer, vor sich stehen und das war verbunden mit dem elektrischen Stuhl des Schülers und der Versuchsleiter schrieb auf und beeinflusste auch. Wie schon gesagt, in Wirklichkeit wird der Lehrer getestet, nicht der Schüler und der Versuchsleiter versucht, den Lehrer zu beeinflussen. Also in Wirklichkeit wird in dem Experiment nur das Verhalten des Lehrers getestet. Der Lehrer ist die eigentliche Versuchsperson. Der Versuchsleiter ist ein Mitarbeiter des Experiments, also des ganzen Mildrum-Experiments und der Schüler, der ist natürlich nicht an einen elektrischen Stuhl gefesselt, sondern das ist ein Schauspieler, der je nach Stromstoß, nach Stärke des vermeintlichen Stromstoßes, die Schreie spielt und seine Reaktionen. Der Lehrer, also die wirkliche Versuchsperson, weiß aber nicht, dass er es mit Schauspielern zu tun hat. Also der denkt, er würde wirklich mit Stromstößen bestrafen. Und da wollte der Mildrum wissen, wie weit geht der Lehrer, wie weit geht diese Testperson, wann hört sie auf zu bestrafen und wann bricht sie das Experiment ab, weil sie mit ihrem eigenen Gewissen nicht mehr klarkommt. Sowohl Versuchsleiter als auch Schauspieler, also der Schüler, sagen bei jeder Versuchsperson immer dasselbe. Es wurde ja nicht nur eine Person getestet, sondern mehrere Personen, damit man einfach sagen kann, welches Verhalten ist normal. Diese Versuchspersonen, die als Lehrer bezeichnet werden, das waren keine Lehrer, sondern es waren einfach ganz normale, freiwillige Menschen aus der amerikanischen Bevölkerung, die unterschiedliche Herkunft, die unterschiedliche Berufe hatten, die an diesen Experimenten freiwillig teilgenommen haben. Es wurde in dem Experiment vorbereitet, dass die Schauspieler immer dasselbe sagen und auch die Versuchsleiter immer dasselbe sagen. Und zwar ganz einfach deswegen, um das Verhalten der Versuchsperson, also des Lehrers, nicht unterschiedlich zu beeinflussen. Das musste immer gleich sein, diese Anweisungen. Oder das, was jeder sagen musste. Gut, der Schauspieler, der Schüler war ja nicht an das Stromnetz angeschlossen, aber er musste es spielen. Er musste so tun, als wäre er angeschlossen, als würde er die Stromschläge kriegen. Und deshalb äußerte er bei 75 Volt ein lautes Grunzen, bei 120 Volt Schmerzensschreie, bei 150 Volt sagt er, er möchte nicht mehr im Experiment teilnehmen und verlangt das Öffnen der Fixierung. Das heißt, er war ja an einem elektrischen Stuhl fixiert und hat jetzt verlangt, das Experiment abzubrechen und dass man ihn sofort losmacht und er will nicht mehr weitermachen. Bei 220 Volt extrem laute Schreie, bei 300 Volt weigert er sich zu antworten und ab 330 Volt ist Stille. Und zwar eine Stille, wo der Lehrer vermuten müsste, dass der Schüler bewusstlos geworden ist oder tot. Der Versuchsleiter hatte auch so ein Schema, also etwas, was er immer so nacheinander sagen musste. Da ging es darum, die Testperson, also den Lehrer, zu beeinflussen. Also falls eine Testperson Zweifel hat, ob sie mit den Stromschlägen weitermachen soll, fordert der Versuchsleiter die Fortführung des Experiments mit bestimmten Sätzen. Das fing ganz einfach an, bitte fahren Sie fort und das steigerte sich jetzt zunehmend in, das Experiment erfordert, dass Sie weitermachen. Sie müssen unbedingt weitermachen. Sie haben keine Wahl, Sie müssen weitermachen. Auch wenn die Elektroschocks schmerzhaft sind, das Gewebe wird keine dauerhaften Schäden davon tragen, also machen Sie bitte weiter. Und dann gab es noch eine Stufe, ob es dem Schüler gefällt oder nicht, Sie müssen weitermachen, bis er alle Wörterpaare korrekt gelernt hat. Also machen Sie bitte weiter. Das waren die Äußerungen des Versuchsleiters, um den Lehrer zum Weitermachen zu bringen. Aber ihr müsst wissen, die Testperson, also die Lehrer, wussten, dass sie jederzeit ohne Nachteil für sich selber das Experiment beenden können. Gut, und diese Menschen, die haben natürlich schwer mit Gewissensbissen gekämpft, ob sie weitergehen sollen und die Stromschläge erhöhen sollen bei jeder falschen Antwort. Und haben ja auch gehört, was die Schüler von sich geben und saßen vor diesem Gerät, so wie dieser Mensch hier, und haben mit sich gerungen, ob sie weitermachen, ob sie den nächsthöheren Stromschlag geben oder nicht. Einige haben nach der Verantwortung gefragt, also einige der Lehrer haben nach der Verantwortung gefragt. Und wenn die nach der Verantwortung gefragt haben, sagte der Versuchsleiter, dass er, also der Versuchsleiter, die volle Verantwortung für das Experiment übernimmt und die Lehrer damit nichts zu tun haben, mit der Verantwortung. Das Ergebnis des Experiments war erschreckend. Von den 40 amerikanischen Testpersonen beendeten 26 das Experiment mit dem Höchstwert von 450 Volt, was auch gekennzeichnet war als extrem gefährlich, das heißt tödlich. Das bedeutet, dass 65 Prozent der Testpersonen der Anweisung des Versuchsleiters gefolgt sind. Also 65 Prozent sind bis zum letzten Stromschlag gegangen. Die Versuchspersonen, die Lehrer, wussten, dass bei 450 Volt der Schüler sterben kann. Sie haben mit sich gerungen, sie hatten Gewissensbisse, gehorchten aber trotzdem den Versuchsleiter. Also 65 Prozent wussten, dass sie jederzeit aufhören können und haben trotzdem dem Versuchsleiter gehorcht, den sie als Chef, als Obrigkeit sehen und sind bis zu dem vermeintlichen Tod des Schülers gegangen. 65 Prozent. Nur 14 Personen beendeten das Experiment vorzeitig, also nur ein Drittel, aber niemand stoppte bei Stromstärken unter 300 Volt und Stromstärken unter 300 Volt. Das bedeutet schon, der Schüler hat schon laut geschrien, sehr extrem laut vor lauter Schmerzen und bei 300 Volt kann er einfach keine weiteren Antworten mehr geben, entweder weil die Schmerzen so stark sind oder weil er schon ohnmächtig ist. So genau wusste man das nicht. Man muss dazu sagen, das Milgram-Experiment wurde unterschiedlich verändert, also wurde noch verändert und später dann noch in den verschiedenen Kulturen und auch mit Frauen durchgeführt. Also das ursprüngliche Experiment war nur mit amerikanischen Männern unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichen Berufen und dann wurde das in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Kulturen ausprobiert und da wurden dann eben auch Frauen mit hinzugenommen, um zu gucken, ob die sich anders verhalten. Und das Erschreckende war, dass das Ergebnis jedoch immer gleich blieb, egal wo dieses Experiment durchgeführt worden ist und egal wer daran teilgenommen hat. Das heißt, dieses Ergebnis zeigt, dass fast alle Menschen, also zwei Drittel der Menschen, bereit sind, einer Autorität und nicht dem eigenen Gewissen zu folgen. Also dass sie bereit sind, Befehle zu befolgen, ohne selber nachzudenken, ob das richtig ist oder nicht oder sie denken drüber nach, aber folgen dann doch den Befehlen gegen ihr Gewissen. Und dann schieben sie die Verantwortung auf den Chef und nicht auf sich selber. Also sie sagen, der Chef hat das ja befohlen, ich habe damit nichts zu tun, ich habe ein reines Gewissen. Milgram hatte ja gedacht, dass das typisch deutsch ist, aber es zeigte sich in diesem internationalen, dann später internationalen Experiment, dass das weltweit dasselbe ist und dass einfach Menschen 65 Prozent der Menschen einfach gehorchen, wenn irgendeiner, den sie für wichtig halten, irgendwas befiehlt. Hier nochmal eine Übersicht. Hier seht ihr auf der rechten Seite die Prozentzahl der Versuchspersonen, also der Lehrer, die dem Versuchsleiter gehorchten und zwar abhängig von der Elektroschockstärke, also das hier ist die Prozentzahl, die gehorchten. Und hier seht ihr die Elektroschockstärke, also okay, moderat, stark, sehr stark, sehr, sehr stark, extrem starker Elektroschock, dann ein sehr ernsthafter Schock, also wo schon Lebensgefahr besteht und hier bei 450 Volt der Tod eintritt. Und ihr seht hier bei dieser roten Linie fast 100 Prozent waren bereit, bis zu einem sehr, sehr starken Elektroschock zu gehen und zwar in einer Stärke, wo das Opfer, also der Schüler, an die Wand tritt und die Wand behämmert und protestiert und aus dem Experiment raus will, also bei einem sehr starken Elektroschock. Dann brückelte es ein bisschen, ein paar brachen ab, aber ganz wenige und immer noch um die 80 Prozent gingen so weit, bis der Schüler keine Antworten mehr gegeben hat. Also schon noch mal gegen die Wand schlug, aber dann keine Antwort mehr gegeben hat. Die Gründe, Schmerzen, Ohnmacht, man hat ja nichts gesehen. Aber dann gaben 65 Prozent der Lehrer dem Schüler die kompletten 450 Volt bei einer falschen Antwort und nahmen damit den Tod des Schülers in Kauf. 65 Prozent. Also 65 Prozent der Menschen weltweit, nicht nur Deutsche, nehmen den Tod einer anderen Person in Kauf, wenn sie sich dafür nicht verantwortlich fühlen. 65 Prozent, das muss man sich mal reinpfeifen. Sie gehorchen, wenn sie die Verantwortung abschieben können, wenn sie sagen können, ja der da oben hat das ja gesagt und ich habe das ja nur gemacht. Das hat man nach dem Zweiten Weltkrieg auch von sehr vielen Deutschen gehört. 35 Prozent sind immerhin in der Lage abzubrechen, aber 65 Prozent, das ist eine erschreckende Zahl, die wirklich bis zum Äußersten gehen würden. Da stellt sich die Frage, würdest auch du einen Menschen auf Befehl quälen oder ich oder jeder? Wären wir in der Lage auf Befehl und Schuldige zu misshandeln? Es gibt ja die Behauptung, nach dem Nationalsozialismus würde das natürlich niemand mehr tun. Ist das wirklich wahr? Tatsächlich ist die Wahrheit, dass Gehorsam immer noch sehr verbreitet ist. Das zeigen verschiedene Tests. Und dann stellt sich die Frage, warum wir auf Befehl quälen. Stanley Milgram hatte für die Ergebnisse seiner Studie folgende Erklärung. Menschen handeln entweder selbstbestimmt oder fremdgesteuert. Also es gibt Menschen, die doch eher ihrem eigenen Gewissen folgen und so ein bisschen unbequem sind, weil sie nicht unsinnige Anweisungen sofort ausführen. Und es gibt sehr viele Menschen, die fremdgesteuert sind. Um fremdgesteuert zu werden, müssen laut Milgram zwei Bedingungen gegeben sein. Der Befehlsgeber, also der sogenannte Chef, muss als qualifiziert angesehen werden. Das heißt, wenn ich einen Befehl kriege von einem Chef, den ich nicht als Autorität sehe, wo ich mir denke, naja, was will der mir denn schon sagen, dann bin ich eher selbstbestimmt. Aber wenn ich von diesem Chef, entweder weil er besonders streng ist oder weil ich den besonders gut finde oder den als absolut allwissend und qualifiziert sehe, wenn ich von dem einen unsinnigen Befehl kriege, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich mich fremdsteuern lasse, dass ich praktisch diesen Befehl ausführe. Dazu kommt, dass ich als Befehlsempfänger denken muss, dass der Befehlsgeber die Verantwortung hat. Also der Chef gibt mir einen Befehl, ich führe den aus, aber letztendlich was dabei Schlimmes passiert, ich trage nicht die Verantwortung, sondern der Chef trägt die Verantwortung, weil der hat mir ja den Befehl gegeben. Und wenn diese zwei Dinge zusammenkommen, also ich halte den Chef für qualifiziert und ich denke, der übernimmt die Verantwortung für mein Handeln, dann haben Menschen keine Angst mehr vor den Konsequenzen ihrer Handlung. Dann geben sie alles ab und können auch brutal werden. 65 Prozent. Dann distanzieren wir uns automatisch von dem, was wir tun, also von brutalen Handlungen, weil wir ja nur Befehle befolgen. Das hat man auch oft von Deutschen gehört, die Täter waren und sich überhaupt nicht schuldig fühlten, weil sie gesagt haben, ich habe doch bloß den Befehl ausgeführt. Dazu kommen dann ganz schwere Gewissensentscheidungen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht bereit bin, diesem Befehl zu folgen oder nicht bereit bin, das Experiment weiterzumachen, weil ich das für unsinnig halte und ich breche das Experiment ab oder ich führe den Befehl nicht aus, dann müssen wir uns fragen, ob unsere Entscheidung richtig war. Und das ist eine ganz schwere Frage. Und diesem inneren Konflikt, also diesem Hin und Her, ja, soll ich das jetzt machen, soll ich das nicht machen, dem gehen wir lieber aus dem Weg und sagen, komm, ich mache das jetzt, weil der Chef hat mir das ja befohlen. Also hierbei geht es um wirklich menschenverachtende oder vollkommen unsinnige Befehle. Also hierbei geht es nicht um sinnvolle Anweisungen, sondern wirklich um Anweisungen, wo ich mein Gewissen einschalten muss und wo ich sagen muss, ist das jetzt eigentlich gut, was wir da machen oder ist das nicht gut? Über die Deutschen wird manchmal gesagt, dass sie besonders obrigkeitshörig, also besonders gehorsam sind, aber nein, wir Deutschen sind nicht gehorsamer und wir quälen auch nicht lieber als andere Nationen. Was das Quälen von Menschen betrifft, ticken Deutsche genauso wie andere Nationen. Das kam heraus, weil das Milgram-Experiment in elf Ländern wiederholt wurde und überall, egal in welchem Land, fanden sich vergleichbare Ergebnisse. Die waren vielleicht nicht hundertprozentig genau gleich, aber die waren sehr vergleichbar, also um die 65 Prozent der Versuchspersonen, also der sogenannten Lehrer, waren bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Wenn sie den Versuchsleiter als qualifiziert angesehen haben und wenn sie gedacht haben, dass der Versuchsleiter die Verantwortung übernimmt für den möglicherweise Tod des Schülers. Jetzt stellt sich die Frage, gibt es Möglichkeiten oder gibt es Bedingungen, um sich dagegen zu wehren, andere Menschen zu quälen, wenn ich eben nicht zu den 35 Prozent gehöre, die dann doch letztendlich eigenverantwortlich handeln und einfach abbrechen. Oder bestimmte Dinge nicht tun. Das waren zum Beispiel im Dritten Reich die Widerstandskämpfer. Die gehörten zu diesen 35 Prozent. Das waren die offenen Widerstandskämpfer wie zum Beispiel die Weiße Rose mit Sophie Scholl oder Graf Stauffenberg. Das war zum Beispiel auch Georg Elser, der Münchner Schreiner, der einen Attentat auf Hitler verübte. Das waren aber auch unbekannte Leute, die jüdischen Nachbarn Essen mitgebracht haben, die jüdischen Nachbarn versteckt haben oder sonst irgendwie unterstützt haben unter eigener Lebensgefahr. Ganz normale Leute, die einfach nicht mitgelaufen sind. Das waren diese 35 Prozent. Also Milgram hat sein Experiment in unterschiedlicher Art und Weise abgewandelt, um zu gucken, welche Bedingungen braucht es, dass man nicht sofort bereit ist, andere Menschen zu quälen wegen seiner Obrigkeitshörigkeit. Und bei diesen Varianten, bei diesen anderen Versuchen brachen mehr Menschen die Experimente ab. Also zum Beispiel, Beispiel eins, wenn andere eingeweihte Personen im Raum waren, also es gab eine Versuchsperson, einen Lehrer, der von nichts wusste und die anderen Personen waren Schauspieler, die wussten, wie sie reagieren mussten. Also wenn andere eingeweihte Personen im Raum waren, die sich weigerten, Stromstöße zu geben, sank die Quote der bedingungslos Gehorsam auf 10 Prozent. Das heißt, nur 10 Prozent führten trotzdem die Anordnung des Versuchsleiters aus, weiterzumachen. Die anderen 90 Prozent haben gesagt, nee, komm, lassen wir, machen wir nicht weiter. Beispiel zwei, es wurden in einen Raum zwei Versuchsleiter gestellt, die Uneinigkeit vorspielten. Also die den Lehrern vermittelten, wir wissen selber nicht, sollen wir jetzt weitermachen, sollen wir nicht weitermachen, sollen wir sagen, wir hören jetzt auf oder machen wir doch weiter. In diesem Fall brachen alle Testpersonen ab. Bei der dritten Variante war der Versuchsleiter nicht im Raum und auch da nahm die Zahl der Verweigerer zu. Sobald es keinen Versuchsleiter gab, der dabei war, gab es mehr Leute, die gesagt haben, nee, ich mache nicht weiter, ich gebe keine Stromstöße mehr und haben abgebrochen, weil sie ja wussten, dass sie abbrechen dürfen. Oder es gab keine Mauer zwischen Lehrer und Schüler. Das heißt, die Lehrer sahen den Schüler und mussten ihn auch anfassen, um ihm den angeblichen Stromschlag zu verpassen. Und da zeigt sich auch, je direkter der Kontakt zum Opfer ist, desto seltener wird gequält. Wenn ich das Opfer nicht sehe, quäle ich eher. Wenn ich im direkten Körperkontakt stehe mit dem Opfer, also mit dem Schüler und das wirklich sehe, was ich da anrichte, quäle ich weniger. Natürlich gab es im Dritten Reich auch Menschen, die im KZ gesehen haben, was sie da tun und die auch bewusst gequält haben. Diese Menschen gibt es immer, das sind die Sadisten. Aber bei diesen Versuchen reden wir von normalen Menschen, die im NS-Staat zu Tätern geworden sind, die mitgemacht haben und dann alle Schuld, nach Ende des Zweiten Weltkrieges, alle Schuld von sich gewiesen haben und gesagt haben, ich habe ja nur Befehle ausgeführt. Ich kann ja nichts dafür. Ich wusste ja gar nicht, was da passiert. Also das Entscheidende bei dem Milgram-Experiment war, dass der Milgram entgegen seiner These herausfinden konnte, dass nicht nur die Deutschen besonders obrigkeitshörig sind, sondern 65 Prozent aller Menschen Befehle ausführen, ihr eigenes Gewissen irgendwo hinpacken und dann sagen, der Chef hat das ja befohlen, ich habe damit nichts zu tun, ich habe ja von nichts gewusst. Ein erschreckendes Ergebnis und ich denke, da muss man sich an die eigene Nase fassen und mal tief in sich gehen und überlegen, wie würde ich eigentlich reagieren. Ich persönlich weiß es nicht, ich war Gott sei Dank noch nie in so einer Situation und hoffe, dass ich auch nie in so eine Situation kommen werde. Soweit zum Milgram-Experiment, der Versuch einer Erklärung, wie es zu diesen staatlich organisierten, massenhaften Gräueltaten in der NS-Diktatur kommen konnte. Damit haben wir das Thema Verfolgung von Minderheiten im Dritten Reich abgeschlossen und wir machen beim nächsten Video weiter mit der Potsdamer Konferenz. Soweit, macht's gut, tschüss! mit der Potsdamer Konferenz. mit der Potsdamer Konferenz. Tschüss, Tschüss! Vielen Dank.